Es ist wohl die Nachricht, auf die alle gewartet haben, die sich mit dem Dauerregen seit Tagen auseinandersetzen müssen und auch an alle Regionen, die momentan auch in Deutschland zum Teil mit dem Hochwasser zu tun haben oder es noch bekommen werden, wenn diese Hochwasserwelle von Tschechien nach Ostdeutschland reinschwappt. Denn die Wetterlage stellt sich um, das Unwettertief hat bald fertig und verschwindet, aber aktuell liegt es noch über Ostösterreich und über Ungarn hier in Rot dargestellt und versorgt diese Regionen noch mit richtig viel Regen. Aber dann verschwinden die Tiefdruckgebiete weiter in den Süden und dann baut sich eine Hochdruckbrücke von dem russischen Kernland raus bis Richtung Großbritannien auf, dann dreht die Strömung auf Ost und es kommt deutlich tockenere Luft zu uns nach Deutschland. Zuvor gibt es aber teilweise noch mal 100 bis 200 Liter Regen auf den Quadratmeter hier in Rot dargestellt. Also die Unwettersituation bis Anfang nächste Woche, die bleibt uns dann noch in Teilen Europas erhalten. Und auch bei uns in Deutschland, da geht es los, heute Nacht von Sachsen runter bis in Richtung Südostbayern, sonst ist es auch ziemlich trüb und ein bisschen Regen fällt nach Westen bei 16 bis 3 Grad am Alpenrand. Und der Montag beginnt dann deutschlandweit eher trüb, Aufhellungen gibt es nur wenige und der kräftige Regen, der setzt seine Tätigkeit. Die Tätigkeit im Südosten fort und das wird am Nachmittag dann dort auch noch so bleiben, dass es gerade im Süden noch diesen intensiven Dauerregen gibt. Und im Nordwesten und am äußersten Osten kommt dann die Sonne immer besser raus, dort steigt die Temperatur bereits auf 22, sonst im Dauerregen auf 6 bis maximal 10 Grad. Und sommerliche Temperaturen gibt es dann schon im Osten am Dienstag mit über 25 Grad, im Süden gibt es anfangs noch Regen, dann wird es auch hier trockener. Am Mittwoch steigt dann im Süden die Temperatur bereits auf 22, sonst regional bis auf 26 Grad.